Sooo, Servus, jetzt geht es ab gegen LPC am Caesar und LPC Felix. Wer wird gewinnen? Alter, das hört sich so cringe an. Ich würde auch aufnehmen, aber es funktioniert nicht bei mir. Oh, ne, oh und so ein Scheißer. Ja. Ich nehme das Kackspiel jetzt auch weiter. Passt schon. Ich kann nur in der Zweiecke gehen. Wieso? Oder wer ist in der Zweiecke drin? Ich sehe es ja nicht. Vielleicht ist die Zweiecke. Okay. Kommt auf www.ts3.11.de Link in der Videobeschreibung. Wie jeder YouTuber es machen will. Arme wird froh für YouTuber. Kannst du das für ein Video schicken? Ja. Ihr seht schon eher mit dem Raum geraten. Ja, aber ich habe es gefunden, dass hier den Sowjetanbedarf im Netz, der die Kroos geschlossen zu macht. Was ist das denn? Boah. Das ist das Thema legal. Ich weiß nicht, soll ich mitfallen oder ohne fallen spielen, lecker? Du kannst das auch so auf dem Spiel aus dem Soflitter, vergiss das. Oh Gott. Du kennst ja inzwischen meine Taktik so oft wie du verloren hast. In deinem Stuhl finden sie, der kann ich so entliegen. Nehm die Pistole raus. Oh Gott. Oh Gott. Oh. So. Hä? 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 Mit dem 180er Ping, Digga. Ja moin. Du hast... Du hast... Du hast mich damit abgeworfen. Hä? Ich habe dich catch heute. Du hast mich mit der Gummina abgeworfen. Nein. Okay. Okay. Du wirst es eh heute sehen. Ja. Ja. Ich würde es sehen. Aber ich kann dir bezeugen, das hat für mich auch klar, hast du es gesehen? Was? Dass ich ihn gerade mit der AR getötet habe. Ne, oder? Ah, scheiße. Ich habe ihn mit der AR getötet. Ja, schauen wir mal. Ich habe ihn mit der AR getötet. Ich habe den cleanen Headshot gegeben. Ich werde doch manchmal am Ops hinter. Ich habe doch manchmal am Ops hinter. Ich habe einen Applaus für den. Okay, voll. Ähm. Du könnt doch auch wenn Ops rechts eine Straymaschine in der Hand haben und dann schießen die da mit. So ist das bei mir. Oh, ich habe auch gar nicht gesehen. Oh, ich habe gar nicht gesehen. Ich habe auch gar nicht gesehen. Oh, leger. Ach, gar nicht. Warum hab ich schon einen Rundschrauber gemacht? Okay. Das ist gut, ich habe jetzt raus. Ich würde mich los. So ein Rufus würde schon mal nicht da. hier nicht kicken warum geht das also so fast nur hinter mal kurz gucken was hier wie viel internet zieht der ja netzwerk 0% ps und rainbow hey bruder weiß ja nicht was mit dem internet los ist aber ja haben wir sind für 180 bis 200 jetzt geht es gerade doch ich bin noch mal bei steams kann ich auch das kann nicht sein eigentlich ähm ne download ist nichts origin ich hab nichts anderes ok na dann komm ja einfach ja ich probier's einfach nochmal ah der ist doch kacke der der immer er spielt alter ja ich bin der der nicht mehr weißt du es gibt in der höhle für leute wie dich einen extra platz ich hab keinen plan wo der scheiße höhlt in der höhle gibt es einen extra platz für leute wie dich leute wie dich er hat es 140 sicher ich höre dich doch leger na wo bin ich da panzerbank oder da oben panzer da du bist so eine ratte du bist so eine ratte ah du hast mich geblendet ah ja troll halt ja du bist die ganze Zeit ich kann dich gar nicht flaschen du brauchst ganz schön lange ja lass mich doch ich bin das heißt ich bin Lack. Das ist einfach so Lack. Hör auf zu hässlich zu lachen, Digga. Du sollst den mal hören, Digga. Du sollst den Typ mal hören. Deine Lache ist hässlich als deine Oma, Digga. Deine Lache ist was hässlich für ihr selber, Digga. Du sollst den Bogen aufbauen. Gibt es dein Gesicht auch nicht schön? Deines? Deines. Ja. Ist ja so ein Warten. Digga, mein, ohnehin. Oder dein ist da. Alter. Das ganze 41, nee 42 Schuss würde ich gebrauchen, nee gar nicht. 38 Schuss würde ich gebrauchen. Schuss. Auf geht's noch ein Bogen, nach dem Zimmel. Das waren die Erwin aber auch nicht. Hier sind wir gerade noch vom Ausfall. Dramatische Druckstoffe behebt. Dramatische Druckstoffe beheb-, Dramatische Druckstoffen, Dramatische Druckstoffe beheb-, Dramatische Druckstoffe. Das war's für heute. Wie lange hast du mit aufgehamed? 2 Sekunden Vor der Killcam 2 Sekunden Ich bin da gerade in den Raum reingegangen Vorher habe ich den Sniper-Tower aufgehamed Ich dachte erst du kommst direkt über das Sniper-Tower und da dachte ich mir so ne Aber da habe ich mich ja so gehört so ein bisschen am Fenster Da dachte ich mir so ne der ist nicht bei mir vor mir am Fenster der ist safe da wieder am Fenster Guck ich da, ja hast du aufgeschlagen oder aufgeschossen hattest du ne? Das Teil inzwischen hattest du glaub ich drauf oder? An mir? Was? Ah das Schalldämpfer auf der Waffe und hast dann drauf oder? Auf welcher Waffe? Auf meiner Stolik ja Ja, alles gehört IQ immer Bruder Was? Wie hat sich immer gesehen dass du IQ bist? Was? Ich habe echt gefühlt mit dieser Frauen-Head hier Ich habe echt gefühlt mit dieser Frauen-Head hier Was? Ich werde das Frauen fliegen können Ah ja 5 Sekunden left Be advised A Bomb-Location has been compromised Gruß an Hendrik Ja Kuss geht nicht raus Ah da oben bist du Moin Du bist da? Du willst überhaupt nicht Frauen fliegen, Digga Ah er wird nicht Frauen fliegen, er hat eine Shotgun Alles easy Komm mit der Pistole Ich finde das noch niemals so geil, Mann Ich glaube das Spawn fliegt halt echt nicht Schau mal, wenn wir ausgemacht haben Dass wir ohne Spawn fliegen können Haben wir das? Du solltest, ja Glaub ich zumindest Ich glaube das nicht Jetzt wäre ja auch schon kein Spawn fliegen Dann bin ich ja nicht mehr am Spawn fliegen Bist du sicher? Ja Ich muss auch draußen aber nicht mehr am Spawn von daher Ich dachte du da oben bist, Digga Oh mein Ja Ja meine Hände Meine Hand Meine Aim Hand schwitzt Digga Buchabpack Sollte Wieso? Jetzt solltest du eigentlich keine Ladung mehr haben Oh Mittwoch Vousci extremesst Nein, ich hab dich noch gesehen. Du hast mich sicher nicht gesehen. Doch, ich hab dich noch gesehen. Ich hab's in die Ecke geguckt. Doch, ja. Ich hab dein Kopf gesehen. Oh, ich hab ganz schnell rüber gezogen, aber ich konnte nicht mehr abdrücken. Dreckig, gell? Ja, passt schon. Alles gut, Digga. Du bist immer besser als ich, Digga. Allein, dass ich dich zu zweimal geholt habe, ist schon runter. Oh, ich schwitze halt auch gerade in U-Großfahrt, Alter. Glaubst du nicht, Digga? Meine Hand, Junge, ich kann meine Eisteeflasche kaum noch halten. Ja, du bist auf YOLO-Bars und ich bin hier vor allem am Sweaten. Am Sweaten? Am Sweaten? Am Sweaten, Digga. Sorry, ich hab Streaten. Ja, genau. Niemand hütt deinen fetten Arbs. Das Video wird gut. Ich hab Achtung, ich merke das schon. Oh, ich bin Fildschling. Oder landesweit gesperrt. Oh, man. 90 HP. Nee, du hast mich gar nicht getroffen, bist du deppert. Doch, ich hab dich fix getroffen. Doch, ich hab dich fix getroffen. Nein, ich hab 100 HP. Ja, ja, ja. Weißt du, wer in der Küche fehlt? Auf dieser Map? Mhm. Auf der Map fehlt nichts. In der Küche fehlt eine Frau. Hä? Hä? Verstehst du nicht, was ich meine? Nee. Nein! Du hattest so ein... Alter! Okay. Ah, G. Wäre meine Drohne ins Fenster reingekommen, wäre ich gestorben. Ja, Mann. Ja, das du aber Glück und nicht ich. Florian. Ja, eben. Hat Glück aus. Hat IQ aus COG? Nee, ne? Rook? Nee, äh, IQ. Ja, hat sie. Mach kacke. Wieso? Ja, hätte ich auch die nehmen können, egal. Ja, ich will jetzt... Achso, warum spielst du echt? Ja, aber mit 436 geht's mal. So. Ich wollt jetzt halt mal wieder ACOG spielen. Weil hat er eben eigentlich relativ gut geklappt mit so... Ah, toll. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Ja. Ich bin gesprungen, ich bin gesprungen. Ich kann da nichts machen. Ich kann das dritten, wenn du X-Stein. Wieso Moment, wenn deine Drohne plötzlich Australien spricht? Ähm, hier. Achso, du hast noch gar keine Pistole. Du bekommst gleich ne Pistole von ihm. Dann musst du das hier oben gedrückt halten, oder so oben links. Und dann, äh, mit dem Joystick, äh, auf die Waffe machen. Ja. Damit sieht es klasse aus. Ich mach jetzt mit Spawn picken, ja? Hä, du willst mit Spawn picken? Ja. Warum? Keine Ahnung. Hast du Angst, dass du verlierst? Ja. Ich mach jetzt sein. ść Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020